Hey YouTube, was geht ab? Ich habe vergessen das Intro zu drehen für das Video was ihr gerade schauen wollt, deswegen kommt es jetzt hier aus dem Off, ich habe jetzt, es ist 4 und 2, ich habe viel zu lange jetzt an diesem Video geschnitten und muss jetzt das noch drehen, deswegen viel zu drehen, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar, wenn euch gefallen hat, ey, und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Geil, und dann ballern wir hier die Schiffe durch, oh, der XP Schub, Chat, oh mein Gott, was für ein Scheiß, wir machen hier einmal 3 Kisten weniger, Schiff kommt schneller, ist auch aktiv, und wir machen XP an, hier 50%, aktivieren, und wir machen Geld an, auch aktivieren, so viele Schübe aktiv. So, und dann ballern wir durch, geil, seid ihr bereit, wir haben, okay, wir haben mit 100.000 XP gestartet, 100.000 XP auf Level 69, das ist Start, nächstes Schiff, komm, komm, gleichs nächste Run, und weg damit, oh, wir kriegen, haben wir doch einfach eine Talaufgabe, wo wir so oft am Rad drehen können. Oh, Erdbeerkerzen und Snackmixe, Erdbeerkerzen, Snackmixe, Next Schiff, Decken, Schokolade und Zwiebeln, Decken, das finde ich gut. Eiersushi, Mokka und Wollmützen, Eiersushi, Mokka, Wollmützen, das macht so Spaß bisher, 34 Schiffe. Und damit geht Schiff 41 aus unserem Hafen raus, das nächste Schiff, Feta-Käse, Brombeermarmelade und Weizen. Also machen wir es, gut. So, Feta-Käse ist what I need, Feta-Käse. Ey, wir sind nevle ab, Chat, wir haben's. Hutmacher, ne Gurke, Joghurt-Smoothies, Gurken-Smoothies, die Kloche und 10 Diamanten. Fisch-Burger, Gurken und Pullover. Also da brauche ich auf jeden Fall Gurken. Gurken, haha, hab ich vor 3 Minuten bekommen. Gehst du auf die XP für die Produkte im Schiff? Oder gibst du eher Sachen frei und nimmst die XP, die du bekommst, wenn du's schon fertig hast? Ich geh also eher auf die Produkte tatsächlich, weil das bringt mir halt mehr. Ich muss mir so doll was zu essen holen, das ist jetzt Frühstück Nummer 2. So, Milch rein, Honig-Apfelkuchen, Honig-Apfelkuchen, Erdmeerkerzen. Mhh, das schmeckt doch. Paul, Paul, das ist dein Lied. Oh, lieber Paul. Chat, das ist mein Lied. Ja, nur dein Lied. Nur meins. Denn du hast das längste, du hast das längste, du hast das, du hast das, du hast das, du hast das. Wenn du weg, der trinkt ein ganzes Fahrt, die Fahrt auch weg. Das stimmt nicht, das ist Cap. Das ist Cap, Chat. Okay, das ist, das stimmt. Ich kann sehr gut rechnen. Wer ist der Gott, nicht groß und die Frau, grau. Und ich schätze, ich gut aus. Oh, lieber Paul, das ist dein Lied. Ja, nur dein Lied. Denn du hast längst nicht mehr. Das ist schon wieder ein Fiebertraum, Alter. Mona hat wieder geholfen. Das längste Pferd der Welt. Das längste Pferd der Welt. Geil. Ausgesetzt in der Wildnis Kämpfen sieben Kandidaten Ums Überleben Werden sie es schaffen Die sieben Tage Zu überleben Oder werden sie vorher Abbrechen Janik Adrian Mona Lukas Kiri Crowbro 7 was his heyday Alter Alter Scheiße Chat hat jemand die Schiffe mitgezählt Ihr lenkt mich ab Wie viele waren es nach 51 4 5 3 8 Weiß das jemand Muss ich sagen Ey mit dem Schiff Mit dem Ne mit dem nicht Das geben wir nämlich Mit dem nächsten sind wir vermutlich Level up Was hat es für uns Ja das reicht Das ist für ein level up Pullover und Kekse Und da war nie irgendwas aus dem Süßigkeitenautomat dabei Kann das das Schiff überhaupt Kekse Geil Und wir sind level up Wir haben es geschafft Level 71 Das zweite level heute Nach level 71 Content Pogchamp Geil Hallo Wo ist das herzliche Glückwunsch Du bist ein level 71 Farmer Wo ist es Ich will doch das herzliche Glückwunsch sehen Wo ist es denn Es kommt nicht Es muss aber kommen Was habe ich denn freigeschalten Das muss ich doch wissen Das hast du geskippt Nein Ey danke aber Für den Glückwunsch Oh man Was gab es Nochmal Es gab anpassbare Deko Oder Habe ich die bekommen Janik ist kurz weg Okay bis nachher Wo ist denn hier anpassbare Deko Zäune Wege Belohnungen Münzen Lager Gutscheine Rabatt Dekoration Muss ich die anpassbar Hier Wo war es denn gerade Hier Ich will weiter anpassende Dekoration zu erhalten Ach ich muss die jetzt erst Wo kriege ich die Hätte ich gern Was ist denn hier jetzt passiert Einfach Heyday Neugeladen Einfach so Einfach so Das checkt nicht Also Heyday Will nicht Dass wir so viele Schiffe abschicken Aber wir werden so viele Schiffe abschicken Ach das sieht nach einem Skidbau aus Das wird glaube ich Vors Haus gebracht Oh Da ist er Lauf Albert Bring uns die Deko Und was macht man damit Ich weiß das gar nicht Ist das cool Grüße Hallo Paul Hier ist ein kleines Geschenk für dich Deine allererste Einfachs Warte Gott So haben wir Spaß damit Wer gibt es davon Im Tal Und in Derbys Oh Mögliche weitere Verbesserungen Okay Man kann die so upgraden Mit Münzen Rötlich Gräulich Ich sehe hier gar keinen Unterschied Bei denen Ich sehe legit keinen Unterschied Bei denen In dem rötlich Das klingt so als würde es passen Das ist ja damn teuer Wir machen das jetzt hier mal Für Blüten Magnolien Kirschblüten Die in der Mitte Sehen am besten aus Oder Obwohl die sehen auch ganz witzig aus Magenta Gelb Rosa Weiß nicht Magenta Ich bin halt farbenblind Das ist halt gar nichts für mich Ne 150.000 Backsteine Steine Zaun Ich glaube Steine Ist cool oder Weiß Orange Grau Nee schon weiß Gut Scheine Und solche Pläne Kostet es dann jetzt Ah ja Oh geil Erdnussbutter Milchshake Und Erdbeerenberlade Nehmen wir mit Ey wir sind Wir haben zwei Schiffe locker schon abgeschickt Ich schwöre Wir haben 100 Schiffe Chat 100 Versteht ihr das? 100 Schiffe Das ist absolut krank 100 Schiffe Gleich Level ab Sollte Mit diesem Schiff Sollten wir es schaffen Mit diesem Schiff Sollten wir es schaffen Oder? Ja wir haben es doch schon Hin fort Glückwunsch Du bist jetzt Level 72 Farmer Wir haben eine Zwiebelsuppe Wir haben Wintergemüse Wir haben rote Beete Zitronenkerzen Zylinder Gnocchi 10 Diamanten Und Die Nudelküche Ich war da in der Schule Ich mach nen Witz Der andere haut mir einen in die Fresse Deswegen Was? Was? Warum? Was soll das denn? Schiffpunktjäger Den Erfolg haben wir Was ist das? 15.000 Schiff-Ranglistenpunkte 50 Gems und Wir haben es geschafft Wir haben das geschafft Wir sind ein Level 73 Farmer Glückwunsch Wir haben eleganten Strauß Wir haben eine Nudelsuppe Wir haben Reisnudeln 10 Diamanten Und wir haben 2 Felder Wir haben heute 4 4 4 Level Geschafft Checkt ihr das? Checkt Machen wir Machen wir die 75 jetzt voll? Nein Ihr könnt mich mal Ich kann keine Schiffe mehr sehen Alter 200 Schiffe Oh Das ist doch Geisterkrank Ich gucke es jetzt über Mobile Daten Alter Gutscheine Gingen auch mies ab Alter Hä? Stark Stark Wir haben jetzt paar Gutscheine Wir haben jetzt paar Gutscheine Ey So aber ich finde es auch gerade Wir haben 211 Schiffe oder so gemacht Das finde ich auch mies anstrengend Deswegen würde ich auch jetzt erstmal was spielen Einfach so zum chillen Einfach so ein bisschen chillen YouTube ich nochmal Ich habe auch vergessen Ein Auto zu drehen Deswegen kommt das hier nochmal Außenauf dazu Wir haben weitaus mehr als 200 Schiffe abgeschickt Weitaus mehr Ich habe im Stream einfach Viele nicht mitgezählt Weil ich einfach abgelenkt war Ich habe gechattet mit den Menschen Bestimmt Also über 250 plus Wir haben 4 Level geschafft Ey Das sind 2 Millionen Erfahrungen gewesen Absolut krank Was wir da geschafft haben Absolut crazy Ey Wenn ihr das nicht verpassen wollt Und dabei sein wollt Dann könnt ihr gerne auf Twitch vorbeikommen Das Link ist in der Beschreibung unten Können den Follower lassen Wir streamen jeden Tag Jeden Tag wird gestreamt Jeden Tag wird Hay Day gestreamt Es kommen auch andere Games Das hängt von meiner Laune ab Und wie viel Zeit ich habe Aber da gehört schon mal vorbeikommen Da verpasst ihr es auf jeden Fall nicht Und wenn ihr auch Weiter nichts verpassen wollt Das ist unten am Link Zu meinem eigenen Discord Server Da kommen Ankündigungen Da gibt es Da ist alles Da findet ihr euch zurecht Der ist geil Kommt dahin Jetzt Sofort Ey und dann Vielen Dank fürs Zuschauen Lasst dem Video ein Like Und ein Abo da Wenn es euch gefallen hat Schreibt gerne einen Kommentar Und dann wünsche ich euch Keine Ahnung Schönen Abend Ich habe so ein Auto noch nie gedreht Tschüss Bis zum nächsten Video Ciao Ciao Tschüss 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 Tschüss